So, meine Lieben, ich bin fertig mit der Küche, mit der Malerei, Rehgips, Spachteln, Lackierarbeiten, Boden und so schaut das Ganze jetzt aus. Das kann sich schon ausschauen lassen, das Blöde sieht man nicht, da habe ich auch die zehnte Spachteltechnik aufgemacht, aber umso heller, umso weniger Effekt kommt raus. Und das Wichtigste ist, Alexa, läd aus, wie versprochen, die Alexa Spots. Alexa, läd an. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe mir keine Boxen in die Decke reingemacht, weil das wäre ein mordsmäßiger Aufwand gewesen mit Radio, mit Umwandler und und und. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht einfach so ein Bose Soundpark habe, das ist ein kleiner Geschick, stellen wir irgendwo rein und schaut auch viel Super aus. Ach, genau, Bodenwolltechnik. Das ist ein Designer-Belag, das ich mir ausgesucht habe, draußen habe ich noch angepiegt, weil nächste Woche kommt dann die Küche. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, habe ich ins Badezimmer auch noch einen Boden reingelegt. Ich habe den Tisch noch kein Mittel lackiert, aus dem einen Grund, weil den muss ich noch gescheit behandeln, weil der hat mir zu viel fechtig gemacht. Ich hoffe mir, das Video hat euch gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben oder abonniert mich, der hat mir sehr weiter geholfen. Dann wünsche ich euch noch etwas, bis zum Spaß beim Video anschauen. Ciao, ciao.